Bei der Aufgabe geht es um die Louvre-Pyramide in Paris. Gegeben ist die Grundfläche, und zwar ist das diese quadratische Fläche hier. Die soll 1225 Quadratmeter groß sein. Gegeben ist die Glasfläche, das sind diese ganzen Dreiecke hier. Die sind also rotenfämig. Das sind 2000 Quadratmeter und gesucht ist jetzt die Höhe H der Louvre-Pyramide. Und das soll irgendwie mit dem Pythagoras machbar sein. Die Seitenlinien nenne ich A und A, das ist ein Quadrat, und über die Fläche bekomme ich mein A raus. Also ich stelle mir dieses Quadrat so vor, das ist diese gelbe Fläche. Genau, hier ist A und hier ist A und Fläche ist hier A Quadrat. Also 1225 Quadratmeter ist A Quadrat und A sind dann 35 Meter. Die Wurzel 10. Okay, jetzt habe ich mein A. Die Seitenkante nennt man üblicherweise S. Gesucht ist ja die Höhe, die steckt also hier inmitten der Pyramide drin. H. Und dann gibt es bei den Pyramiden immer noch eine andere Höhe, die sehr wichtig ist. Nicht die Höhe der Pyramiden, sondern die Höhe von diesem Seitendreieck. Jedes Dreieck hat eine Höhe und die bekommt nicht den Buchstaben H. Die nenne ich jetzt K. Genau. Die steht hier senkrecht. Also die Glasfläche ist ein 2000 Quadratmeter, das heißt, ich habe hier, das nennt man auch Mantelfläche, ich habe vier Dreiecke. So. Die haben zusammen 2000 Quadratmeter, also dann hier immer 500 Quadratmeter, das ist so eine Glasfläche. Und hier ist die Höhe K und da unten die Seite A. Und die Fläche des Dreiecks, A Dreieck, ist ja ein Halb mal Grundlinie mal Höhe. Das heißt, in diesem Fall ein Halb mal A. A ist die Grundlinie mal und die Höhe ist in diesem Fall mein K. Gut, ich kenne, ich kenne ja die Fläche und das A und gesucht ist mein K. Gut. Also K, jetzt mache ich mal 2, dividiert durch A. K ist gleich 2 mal die Fläche durch A. 2 mal 500 Quadratmeter durch 35 Meter. Das ist ungefähr 28,6 Meter. Gut. Wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte H. Jetzt kommt das erste Mal der Pythagoras rein. Bei diesen Pythagoras-Aufgaben muss man immer nach einem rechtwinkligen Dreieck suchen. Und das finde ich jetzt hier. Die grüne Farbe wäre noch. Also ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist der rechte Winkel. Mein H ist gesucht, mein K kenne ich. Und das ist ja, die ganze Strecke sind 35 Meter. Das heißt, das ist die Hälfte von A. Die Hälfte von 35 Meter. Jetzt den Pythagoras ansetzen. Also der allgemeine Pythagoras ist ja A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat. In dem Fall H Quadrat plus A Halbe zum Quadrat gleich K Quadrat. K ist die Hypotenuse. Auflösen, Wurzel ziehen und einsetzen. H ist die Wurzel aus K Quadrat minus A Halbe zum Quadrat. Ist die Wurzel aus K. Waren die 28, genau 28,6 Meter. Und dann die 35 Meter und die Hälfte. Wurzel ziehen. Und bei mir kommen ungefähr 22,6 Meter raus. Im Internet habe ich gegoogelt. Wie gesagt, 21 Meter, also ungefähr haben wir es geschafft. Und das ist die Wurzel aus K Quadrat. Okay. 它的 Wurzel aus K Quadrat. Was ist die Wurzel aus K Quadrat. 幸迫, nochenschen. Entaschen Prozent. Sieâu aus K introduce?!